Er hat einfach gerade gesagt, dass er ausgeraubt worden ist. Mir wird gleich in Obstachlose fast die Hand abgebissen. Fuck, wie Frank! So fünf Leute in einem Raum und die wollten mich schlagen. Wir werden heute einen Dartfall auf eine Europa-Weltkarte werfen und dort, wo sie landet, dorthin werden wir auch reisen. Aber nicht ich werde sie werfen, sondern einer meiner besten Freunde. Zwei, was daneben werden wir jetzt überraschen. Wir haben eine Überraschung für dich. Überraschung? Es wird ein großer Tag heute werden, mein Lieber. Großer Tag? Ich drehe dich jetzt gleich um und dann darfst du auf eine Fläche werfen. Es passiert etwas Spannendes mit dem, wohin du es getroffen hast. Und ich würde sagen, du darfst dich einfach mal werfen. So dumm, Bruder. Good Darts, mein Lieber! Throw the thing! Was ist los? Wir sind in den Atlantischen Ozean. Wir werden jetzt heute noch dort hinreisen, wo du auch getrocknet bist. Die nächste Stadt wäre... wäre Dublin. Geil, geil, geil! Auf nach Illinois! Let's go! Wir waren vollkommen hyped auf das Abenteuer. Allerdings gibt es noch einige Überraschungen, von der ich euch noch erzählen muss. Was Vibes nicht weiß, ist, dass er hier keinen Urlaub machen wird, sondern dass es eine Challenge geben wird. Und das werden wir ihm jetzt auf diese Karte hier schreiben. Okay, wir haben jetzt noch genau 5 Minuten ans Gate zu kommen, deswegen müssen wir uns echt beeilen. Let's go! Das Boarding hat schon angefangen. Das hat schon angefangen, wir sind immer noch hier! Welcome to Dublin! Wir sind jetzt in Dublin angekommen und es gibt da so eine Überraschung, von der Spivers noch nicht weiß. Überraschung? Ich habe hier so eine Karte für dich geschrieben und sagen, lese sie dir mal durch. Lieber Spivers, das wird kein Urlaub. Das wird kein Urlaub, was? Der, der am wenigsten in Dublin innerhalb von 24 Stunden ausgibt, wird vom anderen eingeladen zu seinem Essen im teuersten Restaurant. Dein Fabian? Good luck! Bist du mich verarschen? Du hast immerhin die Möglichkeit, am Ende von mir ins häusere Restaurant eingeladen zu bleiben. Ja, oder ich muss dir für 500 Euro ein Essen ausgeben. Wann geht's los? Ähm, jetzt. Geht jetzt los? Ja. Good luck, sag ich dir! Let's go! Ich glaube, Spivers holst du dich einfach ein Taxi oder holst du einen Chernau und fährt allein hin. Ich spare am meisten Geld, wenn ich mir keinen Bus nach Dublin in die Stadt reinnehme. Wir werden aber Leute fragen, ob sie uns mit nach Dublin nehmen. I'm trying to get to Dublin. Are you guys willing to take me to Dublin? To the city? Sit! Like, are you going to Dublin? Nooo! Nooo! Okay, okay. Maybe lift me to Dublin? No, we're going two months away. Ah, okay, okay. To Dublin from here? I don't know myself, I'm trying to figure out. Ah, okay. Niemand möchte mich mitnehmen. Okay, der Parkhausplan ist leider nicht aufgegangen. Ich hab hier viel zu lange gewartet und es kommen leider viel zu wenig Autos. Naja, die Autos, die ihr hier seht, also eigentlich gar keins bis jetzt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich war jetzt eine Stunde hier und jetzt muss ich wahrscheinlich einen Bus nehmen. Mein Ticket! Ich dachte mir, während ich hier so lange im Bus sitze und es beides wahrscheinlich schon Geld ausgibt. Leute, ich habe Menschen gefunden, die mich nach Dublin fahren. Ich bin so glücklich, wirklich. Wenn wir schauen, dass wir heute Nacht irgendwo schlafen können, wo wir kein Geld ausgeben müssen und hoffentlich bei einem Tinder oder Bumble Day. Thank you guys! Bye! Bye! Und wir sind jetzt in Dublin, raus aus dem Klughafen für 0 Euro. Okay, ich bin jetzt einfach mal irgendwo aufgefliegen, wo ich denke, dass es so aussieht, wie als wäre es die Mitte von Dublin. Du bist wirklich ungelogen in das gefährlichste Tudel reingelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass Spyros in ein Restaurant gehen wird, weil er selber nicht kochen kann. Das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Chips, Fisch, Chicken? Gönnen wir uns. Deswegen gehen wir jetzt in den Supermarkt, weil ich glaube, das ist der günstigste Weg, um irgendwie an Essen zu kommen. Okay, da ist der andere drin zu. Okay, ist doch ganz schön teuer hier drin. Ich nehme mal ein Limit von maximal 2 Euro für das Mittagessen. Ich habe mir diese Hashbrow... Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da irgendwie Hasch oder so drin ist. Ich bin doch vegan. Probier mal. Oha! Tatsächlich, da ist Weed drin. Ich werde jetzt mal Spyros sagen, dass ich schon richtig, richtig viel Geld ausgeben musste, weil irgendwie Sachen passiert sind, dass er denkt, er kann jetzt Geld ausgeben, weil er ja viel weiter zurück wie ich. Hoffentlich geht es auf. Heiß bleibes! Ja, bei mir läuft es gerade nicht so gut, ehrlich gesagt. Bei mir läuft es gerade richtig kacke. Ach du Scheiße. Ich habe mal jemanden gefragt, ob er mir was zu essen kauft. Er meinte so, ja, ja. Meinst du, dass das bezahlen geht? Dann hat er es nicht bezahlt, dann muss ich selber zahlen. Ja, so wie es aussieht hat Fabi ziemlich Pech und ich habe ziemlich Glück. Das heißt, ich kann mir ein bisschen was gönnen. So geil. Wie ihm haben wir jetzt gerade auch nochmal so einen Euro oder so gespendet. Ich muss noch ein paar gute Daten machen. Leute, ich habe jetzt eine Mission und zwar ein Gratis-Tattoo. Tatsächlich habe ich jetzt einen Tattoo-Laden gefunden. Mal gucken, ob sie mich gratis probieren wollen. Mal ganz kurz Realtalk. Hier sind so viele echt richtig hübsche Mädels. Ich werde jetzt mal ein paar ansprechen und fragen, ob ich bei denen schlafen darf. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es ist 16.02 Uhr. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Alkohol. Geht. Er bezahlt einfach mein Brot für mich. Und das viel Wichtigere, die Wurst. Das einzige Problem ist, ob ich es schaffe, einen Ort zu finden, wo ich schlafen kann. Sonst muss ich auf der Straße schlafen. Und von dem, was ich von den Leuten gehört habe, ist Dublin ziemlich gefährlich. Wahrscheinlich schlafe ich heute Nacht da vorne auf einer Parkbank oder so. Oha, wie Lust ich da auch jetzt gerade hätte. Ich glaube, ich bringe ihm eins hiervon mit. Genau ein einziges Herz mitbringen. Ich bin mal gespannt, was der Kassierer gleich sagen wird. 45 Cent für ein so'n scheiß Gummibärchen. Leute, geht hier auf keinen Fall einkaufen. Wirklich sehr, sehr viel Geld. Ich bin überraschend investiert. Es ist leider ein bisschen zerknittert. Oh mein Gott, was ist hier drin? Nein! Du hast 50 Cent für dieses Herze gezahlt? Was? Ich habe die Starbucks-Mitarbeiter dazu überredet, uns ihr ganzes Essen, was überbleibt, für den Rest des Abends zu geben. Ich habe... Ich habe... Oha! Wie viele Sandwiches sind hier drin? Alles voller Sandwiches! Nein, hör auf! Was ist hier? Ohhhh! 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 Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Ohhhh! Alter, was ein glücklicher Moment! Maschallah! Boah! Ich bin gerade so glücklich! Was ist das? 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 Ganz ehrlich Fabi, ich hatte meinen Schlafplatz. Ich hatte schon alles set up hier. Und nur, weil du mit zu mir kommen wolltest, zu meinem Schlafplatz, habe ich meinen Schlafplatz verloren für heute Abend. Und jetzt muss ich hier auf der Straße schlafen, bei irgendwelchen Pennern in Dublin. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt weggeh, wenn wir uns trennen, dann werden wir heute Abend nicht mehr zusammenkommen. Ganz sicher. Sag ich dir jetzt so, wie es ist. Sei es! Leute, ich kann in kein Hostel rein, ich bin nicht geimpft. Das Tinder-Date von mir hat einfach gerade gesagt, dass Dublin unfassbar dangerous, also gefährlich, in der Nacht ist. 4 oder 5 Leute, die pull down like nice. Listen, mind yourself, don't be outside brother, because there's people outside here. Ja, ja. Er hat einfach gerade gesagt, dass der ausgeraubt worden ist. Äh, ja. Hier, gerade an sehr unsäglichen Ort bin. Dublin bei Nacht ist einfach fucking gruselig. Hier sind einfach Leute, die versuchen Fensterscheiben einzuschlagen da hinten. Da gehe ich auf jeden Fall nicht lang. Ich mache mir gerade wirklich ungelogen Sorgen um Fabi. Ich habe ihn schon seit bestimmt zwei Stunden nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Er geht wirklich nicht an sein Handy ran. Ich weiß nicht vielleicht, wo er auskauft. Das ist mega komisch hier. Hier laufen echt komische Gestalten rum. Du bist wirklich ungelogen in das gefährlichste Viertel reingelaufen. Das ist fucking krank. Die Challenge hat sich jetzt verändert von wer am wenigsten ausgibt zu wer überlebt. Wer überlebt die Nacht. Ich glaube, das hier bei der Polizei ist der sicherste Ort, wo wir jetzt gerade sein können. Ganz ehrlich, Berlin, Frankfurt, Hannover, egal was für eine Stadt ist kein Vergleich zu fucking Daffel. Ich habe noch nie so eine kriminelle Stadt erlebt. Er hat mir wirklich ein Obstachloser fast die Hand abgebissen. Junge, ja, ja. Okay, in dem Hostel versuche ich jetzt ein Zimmer zu bekommen. Was ist los? Ich bin irgendwo ziemlich weit außerhalb von Dublin. Okay. So ein Typ meinte, der kann mich mit nach Hause nehmen. Okay. Ich bin angekommen. Mhm. Da waren irgendwie so fünf Leute in einem Raum. Okay. Und die wollten mich schlagen. Was? Ja, die wollten mich schlagen. Nein. Ich hab keinen Scheiß. Bei einer hat der T-Shirt gezogen und wollte mich richtig schlagen. Was für ein Abend, Alter. Was für ein Abend. Was macht der Typ hier? Dann fing die an, meine Schuhe zu schmeißen und so. Dann haben sie meine Sachen geschmissen. Haben mich dann angefangen zu bleiben. Dann hab ich so, hey, beruhigt euch mal. Und sagt so, wenn du nicht innerhalb von 30 Sekunden raus bist, dann töd ich dich so. Ja. Und auf jeden Fall sind wir einfach raus. Dachten wir uns so, okay, Taxi und ab hierher. Und das war so. Und das war so. Und das war so. Ich mach mich jetzt auf dem Weg zu dem teuersten Restaurant hier in Dublin. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld Spybers am Ende ausgegeben hat. Und hoffe, dass er mich einladen muss. Ich finde, es ist fair, wenn Fabi und ich uns das Hostel auch preislich teilen. Leute, ich hab ein Riesenproblem. Ich hab noch eine halbe Stunde und ich hab einfach nichts. Ich hab nichts dabei, was passt für ein Sterne-Hotel. Sterne-Restaurant. Deswegen muss ich jetzt noch schnell was kaufen gehen. Das wird einfach wieder teurer. Wir stehen jetzt vor dem teuersten Restaurant in ganz Dublin. Und ich bin mal gespannt, wie viel Spybers ausgegeben hat. Erst wenn die Rechnung kommt, erfahren wir, wer zahlen muss. Das heißt, wir können so viel bestellen, wie wir wollen. Wir wissen nicht, wer zahlen muss am Ende. Let's go inside. Das teuerste Glas Wasser, was du jemals bezahlen wirst. Wie teuer ist das hier, bitte? Weißt du was, Babis? Ich hau richtig rein, weil ich darauf poker, dass du zum Beispiel bezahlst. Also sitzen wir jetzt hier im teuersten Restaurant von ganz Dublin und gehen beide davon aus, dass der andere jeweils mehr ausgegeben hat und hauen so richtig rein. Mal ganz kurz, das hat mir gar nicht geschmeckt. Das ist ja nur ein 50 Euro Glas Wein. Junge, 60 Euro? Ist das sogar 60? Ich glaub das teuerste, was ich in meinem Leben gegessen hab, war ein Triple Whopper. Steak mit Ketchup und mit Mayo serviert. Einfach Steak rot-weiß. Okay Leute, das war doch keine Mayo. Das war Knoblauch, einfach gerieben. Ah, so schmeckt also Styropor. Eingelegte Gurke zum Dessert kann man schon machen, wir sind immer in den Sterne-Restaurant, ne? Wir haben die ganze Zeit hier gelästert und wir haben jetzt erst erfahren, dass die Kellner auch Deutsch sprechen. Okay, ich schau jetzt mal, wie teuer das ist. Ja, das ist so teuer. Jo, so viel Geld hab ich nicht dabei. Es hat einfach mal sage und schreibe 210 Euro gekostet. Jetzt muss jeder von uns seine Kosten auf dieses Blatt Papier schreiben. Drei, zwei, eins und... Nein. Nein. Viel Spaß beim Bezahlen Fabi. Deine Rechnung, das Essen war fantastisch. Wir zahlen aber 222. Einfach, was die geile Zahl ist. Es ist bezahlt.